Sichere Flucht in Not im SOMFI Smart Home Rauchentwicklung wird vom Rauchwarnmelder detektiert. Es ertönt ein Warnsignal. Automatisch fahren die Jalousien hoch, die Lichter gehen an und ermöglichen eine schnelle Flucht. Zeitgleich wird das Warnsignal an die anderen Rauchwarnmelder weitergegeben und eine Push-Benachrichtigung erscheint auf Ihrem Smartphone. Schnelle Rettungswege eröffnen, dank Funklösungen von SOMFI. Schöne Rettungswege